So, also jetzt habe ich wieder aufgehört zu reden, habe mich schon wieder abgelenkt. Wo waren wir? Samen? Ne, ja Samen sehen wir nicht. Ja, genau. Also habe ich ein bisschen rumgesurft, habe ich den Patch runtergeladen, habe ich es installiert und ja, habe halt natürlich alles abgespeichert und so und jetzt klappt eigentlich alles so, bis auf das gerade eben. So, runter hier. So war das jetzt eigentlich nicht geplant, aber so, vielleicht muss ich dann doch wieder. Nee. Auf jeden Fall war es ein richtiges Gelahmer, allein das Spiel nur zu Ah, ich glaube, ich höre gerade wieder auf mit Minecraft. So, nur das Spiel zu installieren, aber das will ich doch jetzt so gar nicht. So. Äh, danke. Ich hasse dieses neue Feature heute noch. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. So. Und jetzt wird es wahrscheinlich auch verkehrt rum sein. Boah, leck mich doch. Die Mucke ist schon ein bisschen laut, so, aber wahrscheinlich ist es auch, weil, äh. Ich könnte auch einfach so meine Kopfhörer leiser stellen. Wäre natürlich auch nicht so ein Grund. Ähm. Dann bauen wir uns halt wieder so ein Kack-Stift-Geländer oder was auch immer. Und beginnen einfach mal unsere Arbeit. Ein verkehrt herum. Ach, scheiße, Minecraft. Wenn ich das dann schon wieder gerade mitkriege, dann... Danke. Habe ich dann schon wieder keine Lust mehr. Ist verständlich, gell? Kennt ihr. Warum tut meine Kopfhörer... Die sind super toll, die Kopfhörer, muss ich ehrlich zugeben. Ah, jetzt muss ich rechts springen. Ja, die Kopfhörer ist echt toll, aber das einzige, äh, Manko an diesen... An diesen Kopfhörer sind... Ehm, Moment. Das sieht enorm drücken am Kopf oben. Warum drückst du so? Warum drückst du? So. Ähm. Darf ich rein? Danke. Ähm. Wir haben auch fast keine Steine mehr. Das heißt, ähm... Wir sind es ja gewohnt... Äh, Steinmangel zu haben. Ob ihr... Ob... Ihr das glaubt oder nicht. Für die, die jetzt hier gerade... Naja. Neu zugeschaltet haben. Und zum ersten Mal meine LP sehen. Ihr braucht die alten Folgen nicht angucken. Ihr habt nix verpasst. Aber... Bisschen Fackeln hätten wir vielleicht ein bisschen verpasst. So dunkel. Warum sagt denn ihr nichts? So. Oh. Äh, ja. Ich muss jetzt dann auch gleich wieder abdampfen. Jetzt ist wieder... Nächste Musik ist wieder leise. So ist original. Ich sollte sie einfach alle mal anpassen. Und dann weiß ich ganz genau, auf wie viel Prozent... ... ich es einstellen muss. So. So, Kackwurst. Geh weg. So. So. Lalalalalala. Ah ja. Wie hat sich erst was getan? Leck mich am... Poppes. Das ist ja unverschimmend. Nein. Alle freuen sich natürlich auf das neue Add-on. Das Mega-Add-on. Das Wow-Add-on. Nicht. Naja. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich meine, ich spiele ja. Nicht. Doch. Danke. Nein, ich spiele immer noch WiiWi. Werde es auch jetzt noch tun, aber... So ein... Ja. Was da hat einiges jetzt passiert, das ist halt für einige, insbesondere für mich, halt auch ein bisschen schade. Es fallen halt Werte weg und so, aber ich will jetzt auch nicht über WiiWi reden hier in Minecraft. Das wäre ein bisschen... Scheiße. Okay. Aber wir können über C.O.D. Ghost sprechen, oder... Nee, das wäre auch nicht... Das wäre auch... Ungefähr. Boah, was mache ich denn? Ich habe ja auch so viele davon. Ja, ja, es ist relativ viel passiert in letzter Zeit. Ich habe es auch einiger Zeit geschafft, letztendlich es pünktlich rauszubringen. Täglich zwei Stück. Ich glaube, eine Woche habe ich es geschafft. Ähm... Erde, 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 Erde an mich. Okay. Aua. So... Zurückwärts, Shift drücken und Go. Ach, das ist jetzt wieder so ein... So ein Kronk-Part. Das kann ja besser. Als ich. Genau, das meinte ich. Äh, machen wir mal weiter hier. Äh, äh... So. Ich fasse es nicht. Warum machst du immer noch nicht das, was ich will? Danke. Jetzt mache ich das bestimmt hier hin und nachher sieht es richtig gottenscheiße aus. Ich kenne mich. Ihr kennt mich auch. Äh... Aber mal so zwischendrin eine Minecraft-Pause. Tut echt gut. Ich meine, ich mache nebenher ja noch andere Sachen. Also andere Let's Plays und Privatleben. Ob ihr es glaubt oder nicht. Vor allem bin ich noch dabei, noch, äh... mir eventuell ein Buch zu schreiben. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Habe ich gerade schon erwähnt. Da habe ich noch so ein paar andere Projekte in nächster Zeit so, wo ich gern machen würde. Was ich immer schon gerne machen würde, wäre endlich mal ein, äh, Let's Play Together. So, dann bauen wir mal die Startrampe hier ab. Ohne Erde, nix los. Oder halt ohne Moos, wie man es will. Komisches Ding muss ich hier. Oh. Da fehlt ja noch was. Oder auch nicht. So. Wir müssen ja kein Spitzdach machen wie hier. Ah, leck mich doch. Okay. Habe ich auch eine super Tür gebaut, muss ich ehrlich zugeben. Ist der Hammer. So, wenn das jetzt nicht reicht, dann reicht es nämlich nicht. Okay. Du weißt ja, wenn du nicht weißt, wo Halsschlag ist, dann weißt du, wo nicht Halsschlag ist. Wie war das? Cosimus, bester Spruch, falls ihr den überhaupt kennt. Eigentlich sollte ich den gar nicht kennen. Wenn du weißt, wo Halsschlag ist, dann weißt du, wo Halsschlag ist. Irgendwie sowas. Also, wenn jetzt jemand von Halsschlag kommt, grüße hier von mir aus. So. Dann haben wir das jetzt mal, ne? So, bauen wir hier nochmal kurz eine fette Rampe. Okay, hier ist noch ein Mischgeschick passiert. Mit Absicht. Nicht. So, äh, vielleicht machen wir noch, äh, 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 machen wir jetzt hier noch irgendwie. Sieht ja von außen schon mal ganz schön ordentlich, nicht ordentlich aus. Oh, hoppala. Das ist ja ein Loch im Boden auch. Deswegen gab es jetzt diesen Grafikpack, ich weiß schon. Ja, da machen wir dann noch irgendwann weiter. Oder so. Aber wir haben ja auch kein Stein. Müssen wir wieder auf Steinfarming gehen. So. Ah ne, die Facken lasse ich mal da. Sieht vielleicht ganz episch aus. Oh ne, da passen ja gar keine drauf. So, da machen wir an jeder Seite eins. Das ist auch keine Monster hier spawnen. Könnte aber auch so jetzt ein kleiner Freisitz sein. Da könnte ich innen noch so ein Treppeding hochbauen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also ihr wisst schon, so, irgendwie, da hochkommen oder so. Das wäre jetzt irgendwie noch eine coole Angelegenheit. Ich glaube, das mache ich jetzt vorübergehend auch mal. Ich meine, man kann es ja auch wieder, äh, wegbauen. Eichenhunds. Ach, ich habe hier ja Stängelis. Wie gehen die nochmal? Irgendwie so, gell? Juhu, drei Stück dürften eigentlich normalerweise reichen. Ähm, ein bisschen versteckt wäre natürlich auch cool, aber... Da müsste ich jetzt ein Poster drüber verstecken. Deshalb... Also mit Springen, da geht's. Wobei ich mich frage, dass ich den hier gar nicht brauche. Ah ja. Oder vielleicht... Kann ich dich wieder nicht aufnehmen, ist klar. Deswegen habe ich ja auch hier so eine geile Blume. Die kann man ja jetzt... Das ist jetzt wieder so eine Art, wo... Das... Deshalb wollte ich das. Puff, und weg ist es. Okay. Hoppala, springen und dann sind wir oben. Cool, ne? Naja, irgendwie doch nicht, aber was soll's. Was haben wir denn noch hier? Was kann man damit noch anfangen? Vielleicht bekommt der ja noch irgendwas cooles, was weiß ich... Hintenrum? Oder irgendwie... Irgendwie... Irgendwie vielleicht... Vielleicht so... Könnten wir uns auch noch ein Friedhof basteln. Wollte ich nur mal anmerken. Ist das jetzt zu leise, oder ist das jetzt zu leise? Die Musik wieder so laut. Ich glaube, die Musik echt so laut. Tja, wie das nachher dann so ist, das weiß ich nicht. Ich mach hier mal zu. Einfach nur, weil ich's kann. Halt die Schnauze. Ach, ne, Entschuldigung. Wollt ihr mal wieder ein bisschen Fisch? Ja, wollt ihr? Hab ich nicht. Ja, hier dann... Wird es in der nächsten Zeit dann schon einiges ändern. Aber jetzt muss ich leider... ...dann gleich mal gehen. Denn ich muss morgen arbeiten. Ja, und dann geh ich jetzt auch. Also hab Samstag ist morgen... ...und ich hab aber Frühschicht, weil Inventur und so. Also, dann würd ich sagen... Äh... Suchen wir uns nochmal eine schöne Aussicht. Dann geh ich am besten mal hier hoch. Von daher kommen wir ja. Oder das haben wir auch grad heute geschafft. Okay. Danke für alles halt. Zusehen und so. Ja, ihr könnt mich ja abonnieren. Wenn ihr mich jetzt wieder sehen wollt und alles. Also, ich werd gucken, dass ich Minecraft jetzt so... ...bring, wann ich will. Nein, also schon ein paar Mal die Woche. Okay. Bis dann. Euer Claude. Von Black Forest Gamer. Ihr wisst ja, ihr seid ja auf dem Kanal. Also.